MAH MIST Okay Granatenwerfer ist ne richtig scheiße G So mein Name und Herzlich Willkommen hier zurück zu Zurück zurück zu einer neuen Netzplayrunde hier auf meinem Kanal wir wollten Ey ich bin sogar hier wollte ich hier hin Ey cool ich wollte sogar hier hin Ey das ist ja ein Zufall Soll ich mich nicht einladen Das einladen Hä Hä Wöchentliche Eigenehmt läuft es hier auf Niemals 20 Da ja Pfff Okay das finde ich okay das haben Jetzt habe ich wieder dieses Piepen Ja ich bin jetzt Geschäftsführer jetzt habe ich alles Ich brauche ein Auto Die SMS leise ich mir dann durch Ich bin jetzt 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 Nichts aus Haar wie oft Es sind wir schon Das nehme ich jetzt auch mal gern wissen es ist zu Ihnen exaktiert hier ist man hat sogar noch die Polizei und man sieht mich noch ein bisschen verletzt aber okay so da drüben das ist unser Haus wir wollten jetzt erstmal durchlesen was jetzt müssen wir lassen nicht ein neuer haben im Helmhaus und sagt ihn ich glaube sie sind jetzt der stolz Besitzer des die vollsten zenten bar der Stadt zumindest ein erzählen wir uns das immer wieder selbst ich bin der Geschäftsführer das Kennaus und damit der erste Ansprechpartner ich hoffe wir werden uns zu allen aufbeteiligen müssen diese Branche nun weiß man nicht herzlichen Glückwunsch noch mal sind offenbar ein klugem Wüstung nicht der Reiz sie ist so zu uns zu spüren für Werber okay als Titten Schnau und Stabs stimmt es ist grüße Lundin Kitschitz war mal keine und jetzt kommen wir erstmal ein Wagen ich glaube wir nehmen wir gleich den hier oder ich glaube wir nehmen wir gleich den hier oder jetzt die Fragezeichen ich glaube das für Chester wenn die Chester nicht also das ist nicht für uns Grün geben das grüne ist für uns Prämmen dann für Riggs ich hab Bock aber ich möchte hierzu Franklin aber ich möchte kein sieben Kilometer fahren gibt es in dem Köln Takt sie hier Takt ist zu Missionen 3 die Kurschritt Missionen verfügbar okay das können wir auch hier das habe ich auch noch nie wusste Kontakte, Luftschrift, mal gucken ob die hier bis her kommen. Nochmal versuchen. Ah, ich hab wieder den falschen Wagen, äh den falschen Typen. Oh, schade. Ich glaub ich kann mir kein, ähm, wie heißt das, C4 nicht, sondern den Sprengstoff leisten. Probier ich ein kleiner Mal ab. Okay, das Handbremse ist okay. Da vorne sind sie. So, wir müssen uns beeilen, denn ich möchte irgendwas einknacken. Wollen wir jetzt noch keine Mission machen, aber einen möchte ich knacken, das wäre schon richtig cool. Mann, ich hab keine Waffe mehr. Das ist meine Schritte, also da muss ich anhalten. Warum macht man überhaupt Fahrschule? Ich kann noch fahren, man sieht's doch. Oh, da kommen die Drecksbrühe. Oh, ne, 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 ne. Eigentlich bin ich Geldtransporter, müsste schon richtig Einsatzkommando richtig fettes kommen. Aber anscheinend kann sich Warenbutten nichts leisten und deswegen... Was ist das? Oh Gott, du... Schade ich hab gedacht ich komm jetzt hier hoch den Laster den lass jetzt mal so in Ruhe auf den Laster habe ich überhaupt kein nütz mehr ich kupple ich den kleinen noch mal ab mit U, U, I, P U, Z, C, B, E, G, H U, U, B Ah fuck da kommen sie ja schon da die schade also jetzt wird schon mal echt sehr sehr oft Marquis ja klar deswegen brätsjahr um die Eizt ähm so so eigentlich muss ich wie gesagt jetzt mir mal ein paar Waffen holen bevor ich kein Geld mehr hab ja klar ich hab zwar nur noch einen Schroti aber das krieg ich schon mal das ist das Problem wenn ich keine ordentliche Waffe mehr hab ich brauche jetzt erstmal ordentliche Waffe bevor ich überhaupt kein Geld mehr hab tut mir leid nächstes Mal hab ich auch noch eine ordentliche Waffe kotzt mich doch kotzt mich doch an 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 noch mal so ist es auch dieser kleine Ecke und die Zeit hingegangen zuerst zum kampf sind jetzt so kann zum paul ich nicht viel wollen sei ein wach haben so Pistole brauchen wir nicht wir brauchen Mikro MP da brauchen wir komplett komplette Muni die MP Palmshaut gesägte brauchen wir nicht brauchen Sturmgewehr Graubine so ist voll Schafsschützen wird nicht mehr liegen Dauert die Darmsen im Mg äh Granatenwerfer ok würde ich auch denken was ich nehme Sturm ist kostenlos cool die hier noch die ist voll ein Dolch klassische Pistole um uns auch mal wo wir es können Kraftpumpen holen wir uns mal ein paar Stück ok voll äh Knister holen wir uns auch mal so ausschlangen beide Kronaten holen wir uns auch ein paar 10 Stück Kriterien Tränengas holen wir uns auch mal sechs Stück Pistole haben wir Pistole holen wir uns auch mal Sektoschöberschlagstock Messer ok jetzt haben wir eigentlich genug jetzt haben wir genug jetzt haben wir genug könnten wir uns eigentlich in den Krieg mal setzen so aber vorher gucken wir mal es ist eine Taxelfrong sonst guck ich mal so dass man nicht antworten kann ähm da da downtown so jetzt bin ich mal gespannt aussteigen und warten bis jetzt mal ein Taxi kommt bis jetzt mal ein Taxi kommt denn der Wagen ist schratt der schratt jetzt halt so ach da drüben steht er ja wir schauen uns mal ein Ziel aus ich bin 50 so glaube ich nicht mehr deswegen müssen wir hier zur Franklin Mission Taxi klauen ne das wollen wir nicht äh Wegpunkt bisschen Musik aus Wegpunkt Strohbeeren so 10 Kilometer aber ich kippe im Kopf weil es sonst etwas entdeckt machen wir urspringen wird zwar teurer aber wir haben jetzt die Kohle aber ich glaube so lange wie wir hier stehen nehmen wir auf ja weiß ich nicht was machen können nächstes mal ob wir uns ein Taxi und überfallen erstmal ein 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 okay Okay. What the fuck? I was having it with him, man. Oh, no, no, show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What did this fool just say? I missed you, dog. Oh, oh, you missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass couldn't stay gone for good. So I fucked your girl, mugged your mom, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Haha, you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Have you been doing your time looking at sweet boy balls? Yeah, it's good to have confirmation. It's funny, fuck. Why you keep hanging around this clown, El? Shake this fool, man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker. I know little niggas like you've been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga. I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? Alright. Alright, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit. You gonna get yours. Fuck you. DNA? I swear, man. Come on, man. What the fuck, man? This motherfucker, bitch? Why the fuck look so, man? That'sект, man. Flip it I swear. moving through. What? ob ich nie das gerade war aber du hast immer noch Respekt Mann, was ist dieser n***er? Wir sind alle große Freunde, aber er ist größer, oder? Genau! Mann, das ist so ein Pyramid-Skin-Bull-Shit Pyramid ist gut, Mann! Illuminati-Pharaoh-Shit So, ich fahre jetzt mal ein bisschen wirklich ordentlich also jedenfalls die kleine 400 Meter Strecke denn man sagt immer, man fährt in GTA jetzt ordentlich 3 Minuten, 3 Sekunden später fliegt man komplett durch die Luft aber ich möchte jetzt einmal wirklich die mindestens die 400 Meter ordentlich fahren das ist noch eine Ego Perspektive so, äh, ich weiß nicht was ich fahre einfach mal was was sah aus wie grün und das rote vielleicht zum Rechtsabbiegen daaa grün alles grün, also da bin ich mir sicher, dass ich fahren darf Ouf Was ist das? Ich pumpe die Weile hier oben, taktisches Licht. Du zeigst deine Anlage, ist das nicht die Anlage, die ich vorhin gesehen habe? Oder ist die näher dran? Geh die näher dran. Nein Homie, wir haben uns selbst einen Drogen. Warum bekomme ich das Gefühl, dass es einer dieser Drogen, die mir falsch ist? Siehst du, das ist die negativen Attitüte, die Mara meinte. Ich habe nur gesagt, die Kippermeter vermort sich. Du solltest deinen verdammten Vagina Muskeln mit meinem Hund, n***a. Nach seinem Gehrein, muss er sicherlich sich festhalten. Das ist kein Neue-Ace-Ber, das ist ein Fakt. Du bekommst, was du bekommst. Du bekommst dick, aber du bekommst es nicht. Oh shit. Hey, mach einfach, Mann. Ah, okay, wir sind hier. Hey, wir treffen ihn hier. Katzen. Man, wie hast du dieses Platz gefunden? Der Homie sagt es. Das ist der typische Ort, wo wir nicht gestorben werden. Das ist was mich, was mich überrascht. Ich bin eher ein hoch in der Pläne-Site-Type, n***a. Ich würde schon fragen, wo ich hin muss. Okay. What's up, Bull? We got that shit, n***a. With a paper ass, n***a. N***a, I'm talking about Bu-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku. Ja, 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 ja! Is jemand schweizen uns? Was ist ein n***a auf TV? Ich bin ein n***a, über eine irgendwelche Interventionen-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku. Ey, das ist nicht die Polizei, das ist ein Baller, Bullshit! N***a, Bullshit! Was ist das Ball? Was ist das Ball? Das ist das Ding, n***a? Das ist n***a, n***a. N***a, n***a. N***a, n***a, Bullshit! Komm, komm, durch hier! Oh, das ist n***a, n***a. Das ist bäck. Du bist du. Du bist du. Untertitelung. BR 2018 Das ist mir D auf top Da komme ich viel besser voran Ich werde ihn mit den Grenaden, ich werde ihn nennen Ich werde ihn nennen Oh! Ich muss erst mal eine Granate Versuchen So, Granaten ins... Werf ich überhaupt? Wer ist denn damit? Damit ist es doch viel besser Ah, Mist! Okay, Granatenwerfer ist eine richtig scheiße Gail Ich bin echt schon tot! Alter, was geht mit mir heute ab? Ich glaube, der Part geht viel zu lang, dass wir bis zum nächsten Mal Euer Möller und Euer Möller Ciao Ciao! So, willkommen wieder hier bei der Granatenkarte Da unten seht ihr das letzte Video von GTA Wo ich richtig abgeknallt wurde und mir mein erstes Gebäude kaufen wollte, aber es nicht geklappt hat Und auf der anderen Seite seht ihr das letzte Video was hochgelandet wurde, was ich in diesem Moment noch nicht weiß Deswegen klickt drauf, es wird trotzdem geil sein! Ihr habt außerdem vier andere Links dort oben noch Ihr habt Facebook, Twitter, Twitch und Geldspende für die Trado Ciao Ciao!